Den Bolzenschneider, den kann ich glaube ich da an der Garage, glaube ich, benutzen, oder? Hier für das Schloss? Ja. Sehr schön. Ach, ich brauche noch einen Bestandteil von der Angelroute, okay. Ach, wie süß. Hey, das kenne ich doch. Das war als Kind mein Lieblingsspielzeug. Dieses Häschen hielt sich in der Hand, als ich in den Flammen zusah, die meinen Vater und vier seiner engsten Freunde dahin rafften. Oh, Scheiße. Boah, das muss auch ein Scheißgefühl sein als Kind, wenn man da alles verliert. Ich schätze, die Leichen im Keller waren die Mitglieder der Verborgenen Fünf. Okay, schon ein bisschen krass. Diese Fliesen sehen brüchig aus. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Du kannst deine Schritte vorwärts oder seitwärts setzen. Nach zwei Schritten vorwärts musst du einen seitwärts setzen, bevor du wieder vorwärts gehen kannst. Oha. Okay. Also zwei nach vorne und dann seitwärts. Okay. Nee, das war schon mal falsch. Scheiße. Okay. Nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Mal. Nein, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Scheiße. Nochmal, ganz in Ruhe. Nein, ich habe schon wieder etwas falsch. Okay. Und wenn ich jetzt hier anfangen würde? Nee, auch nicht. Nee. Nee, oder? Doch. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es. Ich hoffe, ich darf zumindest. Okay. 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 Ja, jetzt habe ich es. Gut. Gut. Aber hier sind ja nur zwei, ne? Okay. Ja. Okay. 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 Gut, dann habe ich nichts gesagt. Okay. 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 ach das war das megafon das war die sprosse ok sehr gut jetzt fehlen mir nur noch die ratten verloren kam da ist er kam und da ist die rattenpalle und wir erhalten den t schlüsse und eine sprosse okay ach um darauf zu kommen hier ist ein speziell schlüsse erforderlich den wir gott er dann kam auf dem fahrstuhl oh gott ich muss irgendwie den fahrstuhl antrieb einschalten mit den zahnrädern ja ok ja rätsel setzte die zahnräder in absteigender größe auf die leere stange du kannst alle drei stangen benutzen darfst aber kein zahnrad auf ein kleineres setzen ok jetzt muss ich überlegen wie ich das jetzt mache also von kleiner von kleiner groß ist es doch ne ja denke ich doch mal muss ich mal ausprobieren ich hoffe dass ich das jetzt richtig mache oder kann ich jetzt auch nochmal ach ne neun machen kann ich jetzt nicht neun ne scheiße ähm moment 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 so war das ja im ursprung oder so vielleicht könnte auch sein ach nee von groß auf klein glaube ich denke ich jetzt mal ja gut 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 dann haben wir das nämlich auch schon mal mal sehen was passiert wenn ich die schalte betätige ich brauche eine anleitung mit der richtigen einfolge ok also kann ich ja noch nichts großartiges machen grafiti in der kanalisation ok hinter diesem grafiti könnte sich ein hinweis verstecken da steht da R5U8 also rechts 5 oben 8 vermute ich mal ja totempfeil verschlossen höre zu und spiele die M-melodie nach ok Ja, das war jetzt nicht schwer. Das Symbol des Mondes greifen, das Vermächtnis meines Vaters ist trotz seines Todes bei mir. Okay. Ich drücke aber nichts passiert. Sollte ich erst etwas anderes tun? Von hier aus komme ich nicht heran. Okay. 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 Okay.